Hallo, mein Name ist Mariella Scheutz und ich komme aus Österreich. Ich habe drei Sitzungen bei Maria Schasteen gemacht und da haben wir mehrere Themen behandelt und über ein Thema möchte ich jetzt gerne sprechen. Ich habe ein Buch geschrieben und dieses Buch wurde ins Italienische übersetzt und vor ca. 14 Tagen hatte ich eine Buchpräsentation in der Nähe von Rom und da musste ich natürlich auch Italienisch sprechen. Und im Rahmen dieser Sitzung, dieser Instant Change Sitzung, hat mich Maria gefragt, wie möchtest du es gerne haben? Und ich habe gesagt, ich hätte es gerne lustig, erfolgreich, dass alle dann glücklich nach Hause gehen und dass das Buch einfach gefällt. Und natürlich war ich nervös, wie ich dann vor den Leuten gestanden bin und dann meine italienischen Sätze dargeboten habe. Aber es war letzten Endes dann so lustig, weil ich habe dort einen Freund, der mich sehr unterstützt hat und der ist dann gemeinsam mit mir vorne gestanden und es war dann eher so ein bisschen Slapstick. Also ich habe so gelacht, dass meine ganze Nervosität verpufft ist und ich muss sagen, ich habe tolle Rückmeldungen bekommen. Es war wirklich ein Ereignis und ich hätte es mir, ja, ich habe es mir eigentlich so vorgestellt, aber es ist noch besser geworden. Dankeschön!